Cyberport präsentiert die Bluetooth-Kopfhörer QuietComfort Earbuds 2 von Bose. Eure Musik klingt am besten, wenn Noise-Canceling und Klang perfekt auf eure Ohren abgestimmt sind. Dieses Versprechen geben euch die neuen Bose QuietComfort Earbuds. Die Earbuds in weiß und schwarz sind im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich kleiner geraten und sitzen mit nur rund 6 Gramm pro Kopfhörer leicht im Ohr. Für bequemen Sitz sorgen Ohreinsätze in drei Größen sowie stabilisierende Silikonbänder. Die Buds sind schweiß- und wasserresistent, können also auch im Regen getragen werden. Für hervorragenden Klang sorgen die verbauten Hochleistungstreiber. Zusätzlich verbaut Bose die neueste Active Noise Cancelling Technologie. Die QuietComfort Buds 2 erfassen dabei nicht nur die Umgebungsgeräusche, sondern passen den Klang sogar an die individuelle Form eures Gehörgangs an. Das nennt Bose Custom Tune Technologie. Auch ein Aware-Modus ist an Bord. In der Bose Music App findet ihr Equalizer und weitere Einstellungen. Neben der App-Steuerung nutzt ihr die berührungsempfindliche Oberfläche. Durch Wischen und Tippen pausiert ihr die Wiedergabe, regelt die Lautstärke oder wechselt den Song. Verbunden werden die Earbuds mittels Bluetooth 5.3. Dank dieses neuen Standards könnt ihr bis zu 7 Geräte parallel koppeln und euch bis zu 9 Meter von Smartphone und Co. entfernen. Die Akkulaufzeit der Buds beträgt 6 Stunden. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Transport- und Lade-Edwi verlängert sich die Wiedergabedauer auf 24 Stunden. Dank Schnellladefunktion reichen 20 Minuten im Case für 2 Stunden Soundgenuss. Zum Laden des Edwis nutzt ihr die G-Ladefunktion oder das mitgelieferte USB-C-Kabel. Bester Sound und intelligente Technik – das verbinden die Bose QuietComfort Earbuds 2. Kinder Technik – das verbinden die Berge des enseignes incidentes。 Bester Sound und intelligente Technik und der Bedürfnisse von der Bedürfnisse Kabel. Bester Sound und erste Eisware. Bester Sound und Presse Sensor.